Hallo liebe Leserinnen und Leser von MTB News, ich habe heute ganz besondere Produkt News für euch, denn SRAM hat eine neue Schaltung vorgestellt. Die SRAM GX Eagle Transmission ist die zweite Generation der Transmission Schaltung von SRAM, von denen die Amerikaner in diesem Jahr schon die erste Generation vorgestellt hatten. Im März mit der X0, mit der XX und der XXSL für den Cross Country Bereich und mit der GX Eagle Transmission soll das Ganze ein bisschen günstiger werden und gleichzeitig ein bisschen anders ausschauen und es wurde auch ein bisschen was dran gemacht. Wir schauen uns das mal ein bisschen an. So, also wie von den Transmission Schaltungen bekannt, funktioniert auch die GX Eagle Transmission nicht über ein reguläres Schaltauge, sondern wird da, wo normalerweise das UDH Schaltauge hinkommt, direkt am Rahmen geklemmt. Und was aber ganz besonders ist, oder was auf jeden Fall eine optische Feinheit ist, die die bisherigen Transmission Schaltungen noch nicht haben, das ist die Position des Akkus. Der ist jetzt hier hinter, der ist ziemlich versteckt, vorher stand er so ein bisschen raus und jetzt kann man einfach hier den Akku einfach so rausnehmen und auch dort wieder reinschieben. Funktioniert super easy. Was gibt es sonst noch zu sagen? Auch die GX Eagle Transmission verfügt über diese zwei Bash Guards oben und unten, die kann man abschrauben, wenn man will und helfen aber einem dabei, wenn man mal einen Aufsetzer hat mit der Kette bzw. mit dem Kettenblatt, dass da alles heile bleibt und nicht ganz so schnell kaputt geht. Ansonsten verfügt es über die gleiche Flat-Top-Kette, die man so optisch aus dem Rennradbereich kennt und die bei den bisherigen Transmission Schaltungen auch schon eingesetzt wurden. Flat-Top deswegen, weil jeweils die Außenseite super flach ist, sieht schick aus und soll laut SRAM auch ein bisschen besser funktionieren. Und was sonst noch ähnlich ist zu den bisherigen GX Eagle Transmission Schaltungen, dass hier auch sogenannte Skidplates verbaut sind. Das heißt, die sind hier so außen dran. Die lassen sich abnehmen und tauschen, wenn da mal ein Kratzer reingekommen ist. Ja, das ist die GX Eagle Transmission Schaltung. Alle Infos findet ihr wie immer in unserem Artikel. Wir sind das Ding auch schon gefahren. Schaut einfach mal rein auf MTB-News. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Zo과 Zo Vielen Dank.